8'000 Franken ist viel Geld. Aber mit dir erreichen wir unser ambitioniertes Ziel. Und was wir mit dem ganzen Geld machen, das zeigen wir dir jetzt. Wir sind die Luzern Lions. Und American Football ist unsere ganz grosse Leidenschaft. Sei es die komplexe Taktik, der körperliche Einsatz oder einfach das Spiel selber. American Football übt für uns eine grosse Faszination aus. Zur Zeit spielen wir in der Nationalliga B. Und genau dort werden wir auch bleiben. Und in den nächsten Jahren noch einen Gang zulegen. Für dieses Ziel brauchen wir dich und Sascha. Sascha ist unser Trainer und noch vieles mehr. Er trainiert nicht nur die erste Mannschaft, sondern alle Teams der Luzern Lions. Damit wir beständig in der Nationalliga spielen können, ist die Jugendförderung wichtig. Darum wollen wir die Luzern Lions Academy weiter ausbauen und so junge Spieler nachhaltig an die erste Mannschaft hinzuführen. Und genau da liegt der Hund begraben. Wir brauchen das Geld, damit wir Sascha für das Anständispensum nachstellen können. Von seinen 20% auf 40% und das für ein ganzes Jahr. Und genau dort wird dein Geld hineinfliessen. Ins Weiterkommen, weiterentwickeln und besser werden. Aber wir haben das Herz. Wer ist denn überhaupt Sascha und was hat er denn mit uns vor? Mit dem zusätzlichen Pensum könnte ich mich noch intensiver um die Lions Academy und alle Teams der Luzern Lions kümmern. Das würde mir ermöglichen, an Schulen zu gehen und in Vorträgen zu zeigen, wie toll American Football ist. Und ich hätte noch mehr Zeit, regelmäßige Einsteigertrainings für neue Interessierte anzubieten. Dann könnte ich in Einzeltrainings die Jugend noch besser machen und weiterhin alles für die erste Mannschaft geben. So, fertig mit Sascha. Jetzt bist du dran. Hilf uns, unsere Leidenschaft zu leben und Sascha zu beschäftigen. Wir würden uns unheimlich freuen und sagen jetzt schon Danke.